Moin Moin und herzlich Willkommen auf meinem Kanal Dennis, VSSDennis09. Heute drei Multipacks von Magitex Bundesliga. Wie immer packe ich das hinter der Kamera kurz aus. Hier haben wir mal zwei Zehner Booster drin, ein Sechser Booster mit der Limited Karte und ein Fünfer Bromo Päckchen. Ja Multipack, also ich hol mir das gerne wegen den Limis. Kann ich das Ganze einfach begründen, in den Displays gibt es ja keine Limis mehr. Das finde ich persönlich ein bisschen schade. Jetzt bin ich sehr traurig. Ich fand das eigentlich immer gut. Eine Limis pro Display. Das hat man jetzt geändert. Krass, wurde ich beschissen. Krass, ich wurde hardcore beschissen im Multipack, hä? Das kann ja nie sein. Jungs, im letzten Multipack fehlt mir mein Fünfer Booster. No joke, no joke. No joke. Dann machen wir das letzte zuerst, weil das kann ja nicht sein. Also guck mal. Drei Päckchen habe ich drin. Wo ist mein Fünfer Booster? Who the fuck ist mein Fünfer Booster? Jungs, Mann, was soll denn das? Das erste Mal in meinem Leben beschissen von Tops. Hier haben wir das Booster-Design. Mani, Adijimi, Knauf, Geiger, Bakulaj. Ich zeige euch nochmal die Odds. Jawohl. Dann fangen wir auf jeden Fall an, würde ich sagen. Ich wurde beschissen. Wenn hier jetzt, dann erwarte ich jetzt hier Minimum Autogramm. Code für euch. Ich erwarte jetzt hier ein Autogramm. Kann ich nicht sehen. Ist ja auch nicht ein Müllgerutsch oder so. Also wirklich, ich wurde beschissen, Leute. Rafael Guerrero. Kampel. Chabot. Munyain. Iago. Diekmeier. Kerem Jananoglu. Jerome Gondorf. Union Logo. Held von morgen. Ika Bravo. Das kann ja wirklich nicht sein. Einfach beschissen. Code für euch. Hab mich schon gewundert. Naja, wir ziehen's durch. Ich hab's aufs Video. Ich hab's aufs Video. Ich reich ne Klage ein. Moda Hood. Dominic Kaur. Kilian. Luca Kilian. Jetzt bin ich ein Autogramm. Kostas Stafelidis. Konstantinos Stafelidis. Jeroen Rossellian. Florian Flick. Ito. 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 Grifo. Grifo. Starspieler. Harry Titsch. Niederlechner. Und... Held von morgen. Hugo. Novoa. RB. Leipzig. Jetzt hab ich hier das Limipec, man. Ich... Eiskaltbeschissen haben sie nicht. Das find ich. Das find ich. Ne absolute Frechheit. Ich erwarte nen Autogramm. Sebastian Till. Yossi Brekalo. Joschko Quadriol. Andreas Albers. Mavropano Schnidro. Hier könnt ihr euch den Code sichern. Jetzt gehen wir runter. Marius Pilter Schalke Limited Edition. Ja, hab ich noch nicht. Sehr schön. Also... Der Verein gefällt mir persönlich nicht. Aber... Limis zu bekommen, die ich noch nicht habe, gefällt mir umso mehr. Ich guck jetzt grad nochmal hier nach. Ich hab nichts in einen. Ich wurde beschissen. Frech. Ja gut, dann fangen wir hier an mit dem Fünferbooster am zweiten. Dann erwarte ich aber wirklich ein Autogramm. Das steht fest. Johannes Eggestein. Ein Base Pick haben wir dafür. Geil. Brekalo. Finole Becker. Niklas Tauer. Leon Goretzka. 10er Booster Action. 10er Booster Action. App Code. Wenn hier ein Autogramm kommt, gell. Jérôme Boateng. Jérôme Boateng. Diekmeyer. Hermann. Puzzleteil. Bundesliga Meisterschale. Lämperle. Sid Rebiger. Dajo Upamecano. Simon Terodde. Nils Petersen als Heritage. Jérôme Boateng. Und Kerem Demir bei Streetstyle. Code. Mein klar, das kann mal passieren. Keine Frage. Da mach ich auch keinen Vorwurf. Ist schade. Chananolu. Riemann. Tuta. Gelb-Rot gesehen gegen Tottenham. Kevin Behrens. Hugo Secret. Quadiol. Julian Brandt. Lukas Mecher. Matchwinner. Werder Bremen. Logo. Und Patrick Schick. Klub 100. Die ich jetzt doppelt habe. Na, pack mal in den Sleeve. Wird zum Tausch. Angeboten dann irgendwann mal, wenn ich anfange zu tauschen. Guck mal, hier ist ein Punkt auf dem Päckchen. Was soll uns das sagen? Autogramm. Plus Limit. Oder die Limited Edition fehlt. Na, ich kann mich beruhigen. Die Limit ist da. Luca Waldschmied. Ritz Doan. Sabitzer. Anthony Modest. Schalke Logo. Code für euch. Wir ziehen rum. runter. Super Cup Limit. Die habe ich auch noch nicht. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Also die Limis laufen wie gewollt. Letztes Pack. Äh, letzter. Letztes Multi Pack. Ja. Code. Jens Stange. Neuhaus. Höfler. Brand. Kevin Drabb. Starspieler. Code. Also von Kräuter Fürth habe ich Lubrebiger auch das erste Mal gezogen. Äh, sonst nur Raschel halt. Tobi Raschel. Munas Dabur. Domenico. Götze. Sehr schön. Udukay. Eggestein. Ibrahma Zis. Borna. Sosa. Ditsch. Simon Zoller. Harry Ditsch. Und. Held von morgen. Milo. Enzo Milo. ein 10er päckel haben wir noch mehr weiter geht's musa di abi sehr schnabry bejuskow gieselmann und die hunden gewonnen gestern euroleague förster buchum auch erst siegender liege gefahren jonas windt klinton mohler kruse suspendiert das starspieler sebastian rode und ni goldje noveski als legend somit fehlt mir nur noch shinji kagawa als legend wunderbar limipack limipack hier seht ihr schon mal ein code latzer holtmann chris trimmel max kruse bayern münchen club logo wir fangen an limit ziehen wir runter reese oxford augsburg fehlt mir auch noch kein sleeve mehr beiseite liegen jungs marie's oxford augsburg ja wir wurden ein pack bedrohung von top ja was soll ich dazu sagen ich revanchiere mich und hole mir bald noch mehr multipacks hier die limited editions alle drei die ich noch brauche le 22 le 1 und le 16 bundesliga legend und klub 100 eigentlich gut aber ein pack wurde uns entzogen das finde ich frech ja ansonsten wenn es euch gefallen hat dann lasst mir doch gerne ein like da abonniert meinen kanal für mehr ich weiß noch nicht was noch kommt auf jeden fall wird noch was kommen und ja dann würde ich sagen haut rein tschüss und auf wiedersehen wenn es euch gefallen hat dann lasst mir 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 dann lasst mir